In meiner Welt kann meine Puppe Nana laufen, sprechen und fühlen. Sie ist so wie ein Mensch. Ich kann mit meiner Puppe grießfrei essen, so viel ich will. Ich kann mit ihr die Marshmallow-Berge mit Pancakes auf Ahornsirup herunterrutschen. Ich kann mit ihr im Kino Filme schauen. Alle Nachosorten essen und Süßigkeiten und Popcorn. Es gibt über tausend Kinosäen und jeden davon kann man für sich alleine haben. Man kann mit einem Zuckerstammfluss den Gerichts beim Wasserfall herunterschütteln. Das alles war meine Welt, doch ich habe sie verloren. Nicht aus Unachtsamkeit, sondern aus Vergessenheit. Ich denke einfach nicht nur so oft an sie. Jetzt denke ich an diese Welt und die Veränderungen, die mich erwarten. Was passiert noch alles in meinem Leben? Werde ich meine Freunde verlieren? Wie wird es auf der neuen Schule sein?